Lektion 1. Das große Spiel Joana, hast du dir die Karten für das große Spiel heute Abend geschnappt? Darauf kannst du wetten. Ich habe die Tickets genau hier. Ich freue mich so. Das wird ein fantastisches Spiel. Fantastisch! Ich kann es kaum erwarten. Hast du daran gedacht, ein paar Snacks und Getränke für die Reise einzupacken? Natürlich! Ich habe eine ganze Kühlbox voller Leckereien. Ich muss tanken für all den Jubel, oder? Haha, auf jeden Fall! Nichts geht über Essen im Stadion, aber es ist klug, auch ein paar unserer eigenen Sachen mitzubringen. Absolut! Außerdem sparen wir dadurch eine Menge Geld an den Verkaufsständen. Gute Überlegung! Gut, dann sind wir bereit? Müssen wir noch etwas tun, bevor wir losfahren? HMM, lass mich nachdenken. Oh, stell sicher, dass du deinen Ausweis und deine Tickets griffbereit hast. Ich will nicht am Garte stecken bleiben. Oh ja, gute Entscheidung! Ich überprüfe noch einmal, ob ich alles habe, bevor wir gehen. Ich will die nicht vergessen. Ganz gewiss! Das wird so viel Spaß machen! Ich kann schon das Gebrüll der Menge hören. Ich auch. Ich bin begeistert. In Ordnung. Lass uns das machen. Zeit, die Heimmannschaft anzufeuern. Lektion 2 Höfliche Begegnungen Entschuldigung, Anna, hast du einen Moment? Natürlich! John, was ist los? Ich wollte dich zu etwas nach deiner Meinung fragen. Ich habe versucht, in meinen täglichen Interaktionen höflicher zu sein. Das ist großartig! John, Höflichkeit reicht weit. An was für Dingen hast du gearbeitet? Nun, ich habe darauf geachtet, öfter Bitte und Danke zu sagen und den Leuten die Tür aufzuhalten. Das sind perfekte Beispiele. Grundlegende Höflichkeit kann wirklich einen Unterschied machen. Exakt! Und ich habe auch versucht, mehr auf meinen Tonfall und meine Körpersprache zu achten. Absolut! Eine freundliche, offene Körperhaltung zu bewahren, trägt wesentlich dazu bei, zugänglich zu sein. Auf jeden Fall! Ich will sicher gehen, dass ich nicht unhöflich oder abweisend rüberkomme, weißt du? Auf jeden Fall! Kleine Dinge wie diese können einen großen Einfluss darauf haben, wie die Leute dich wahrnehmen. Absolut! Hast du noch weitere Tipps, wie du durch höfliches Verhalten ein guter Bürger sein kannst? HMM! Lass mich nachdenken! Jemandem zu helfen, wenn er so aussieht, als ob er Probleme hat, ist immer willkommen. Gute Entscheidung! Ich werde nach solchen Gelegenheiten Ausschau halten. Sonst noch etwas? Achte vielleicht auf deine Lautstärke im öffentlichen Raum, um andere nicht zu stören. Richtig! Das macht Sinn! In ruhigen Gegenden werde ich auf jeden Fall leiser sprechen. Lektion 3. Hochschulbildung anstreben Hey Anna! Ich habe darüber nachgedacht, mein Studium fortzusetzen. Was denkst du? Nun, das ist großartig! John, welches Thema erwägen Sie? Ich bin wirklich daran interessiert, einen Abschluss in Informatik zu machen. Technologie hat mich schon immer fasziniert. Oh, Informatik ist heutzutage ein so vielseitiges und gefragtes Fachgebiet. Was reizt dich daran? Ich liebe den Aspekt der Problemlösung und freue mich darauf, mehr über Programmierung und Softwareentwicklung zu erfahren. Das ist großartig! Ich kann mir vorstellen, wie sich das wirklich auf Ihre Stärken und Interessen auswirken würde. Exakt! Ich habe das Gefühl, dass es der perfekte nächste Schritt für mich ist. Hast du jemals darüber nachgedacht, wieder zur Schule zu gehen? Weißt du, das habe ich tatsächlich. Ich habe darüber nachgedacht, einen Master in Betriebswirtschaft zu machen. Wow, das ist beeindruckend! Warum hast du dich für einen MBA entschieden? Ich habe das Gefühl, dass es meine Karriere auf lange Sicht wirklich voranbringen würde. Außerdem mag ich die analytische Seite des Geschäfts. Das macht absolut Sinn. Ein MBA ist ein so vielseitiger Abschluss. Haben Sie schon angefangen, sich Programme anzusehen? Noch nicht. Aber ich habe definitiv vor, bald etwas zu recherchieren. Es gibt so viele großartige Optionen da draußen. Nun, ich bin sicher, du wirst die perfekte Passform finden. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals Ideen austauschen möchten. Absolut. John, und das Gleiche gilt für dich mit dem Informatikprogramm. Ich leihe gerne ein offenes Ohr. Danke, Anna. Es ist toll, einen unterstützenden Freund zu haben, mit dem man über diese wichtigen Entscheidungen sprechen kann. Lektion 4. Gesunde Gewohnheiten Guten Morgen, Anna. Ich wollte schon immer ein paar gesunde Gewohnheiten in meinen Tagesablauf integrieren. Irgendwelche Ideen? Oh, das ist ein großartiges Ziel, John. Nun, eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, ist, den Tag mit einem nahrhaften Frühstück zu beginnen. Ah, ja, ich habe gehört, dass das wichtig ist. Welche Art von Essen nimmst du morgens gerne zu dir? Ich genieße eine Schüssel Haferflocken mit frischen Beeren und einem Schuss Honig sehr. Es ist so befriedigend und hält mich voller Energie. MMM, das klingt köstlich. Das muss ich mal versuchen. Was ist mit Bewegung? Hast du eine regelmäßige Routine? Unbedingt. Ich versuche, ein 30-minütiges Training einzuplanen. Egal, ob es ein flotter Spaziergang oder eine Yogastunde ist. Nett. Das ist großartig. Ich hatte vor, wieder konsequenter Sport zu treiben. Der Einstieg kann schwierig sein. Aber sobald Sie sich die Gewohnheit angeeignet haben, wird es viel einfacher. Vielleicht könnten wir sogar irgendwann zusammen trainieren? Das ist eine tolle Idee. Ich würde die Rechenschaftspflicht und Motivation lieben. Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, den ganzen Tag überhydratisiert zu bleiben. Ich habe immer eine Wasserflasche griffbereit. Guter Punkt. Ich neige dazu, zu vergessen, genug Wasser zu trinken. Gibt es noch andere Tipps, die du empfehlen würdest? HMM. Genug Schlaf zu bekommen ist auch wichtig. Wenn möglich, sollten Sie sieben bis neun Stunden pro Nacht einplanen. Ah, ja. Das ist so wichtig. Daran muss ich arbeiten. Danke für all die tollen Ratschläge, Anna. Lektion 5. Eine transformative Reise Hey, Anna. Ich habe gehört, dass du kürzlich auf eine lebensverändernde Reise gegangen bist. Erzähl mir mehr darüber. Oh, es war unglaublich, John. Ich bin gerade von einem einwöchigen Retreat in den Bergen zurückgekommen. Und es war wirklich transformativ. Wow, das klingt unglaublich. Was hast du dort gemacht, was es so beeindruckend gemacht hat? Nun, ein großer Teil davon war die Gelegenheit, mich von der Technologie zu trennen und wirklich wieder mit mir selbst in Kontakt zu treten. Wir hatten tägliche Meditationssitzungen und Wanderungen in der Natur. Verbinde dich wieder mit dir selbst. Hm? Das klingt genau nach dem, was ich gerade brauche. Hast du während des Retreats irgendwelche neuen Gewohnheiten oder Praktiken gelernt? Definitiv. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch angefangen, was so ermutigend war. Und die Yogastunden haben mein Leben verändert. Ich fühle mich so viel zentrierter und bodenständiger. Dankbarkeitstagebuch und Yoga. Hm? HMM. Vielleicht sollte ich mir so etwas ansehen. Bist du mit einer Gruppe gegangen oder war es eine Alleinreise? Es war ein Gruppenretreat, aber aufgrund der geringen Größe fühlte es sich sehr intim und persönlich an. Ich habe einige tolle Leute getroffen, die jetzt meine Freunde sind. Das ist wunderbar, Anna. Das klingt nach einer so bereichernden Erfahrung. Ich denke, ich muss mich vielleicht bald auf eine ähnliche Reise begeben. Das solltest du auf jeden Fall, John. Ich kann es nicht genug empfehlen. Es war wirklich eine Gelegenheit, sich neu zu erholen und sich wieder auf das zu konzentrieren, was im Leben wichtig ist. In Ordnung. Du hast mich verkauft. Ich werde prüfen, ob ich ein solches Retreat buchen kann. Danke, dass du deine Erfahrung mit mir geteilt hast, Anna. Lektion 6. Der CN Tower Hey, Anna. Warst du schon einmal auf dem CN Tower in Toronto? Der CN Tower? Oh ja, ich war schon ein paar Mal dort. Es ist ein ziemlich beeindruckendes Bauwerk. Ich habe gehört, dass es eines der höchsten freistehenden Bauwerke der Welt ist. Wie war es, auf die Aussichtsplattformen zu gehen? Es ist wirklich unglaublich. Die Aussicht von oben ist einfach atemberaubend. Man kann kilometerweit sehen. Und der Glasboden ist auch ziemlich aufregend. Wo? Ein Glasboden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mutig genug wäre, darauf zu gehen. Ist es nicht ein bisschen schwindelerregend? Haha, ja, es kann anfangs etwas nervenaufreibend sein. Aber es ist absolut sicher und so ein einzigartiges Erlebnis. HMM, vielleicht muss ich irgendwann den Mut aufbringen, es auszuprobieren. Wann wurde der CN Tower tatsächlich gebaut? Gute Frage. Der CN Tower wurde 1975 als Kommunikations- und Aussichtsturm errichtet. Er war über 30 Jahre lang das höchste freistehende Bauwerk der Welt. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Mir war nicht bewusst, dass es schon so lange steht. Was war der ursprüngliche Zweck des Turms? Es wurde hauptsächlich als Sendeturm für Fernseh- und Radiosignale in der Gegend von Toronto gebaut. Aber es wurde auch schnell zu einer wichtigen Touristenattraktion. Ich verstehe, das macht Sinn. Und Sie haben all diese Aussichtsplattformen und Restaurants oben, richtig? Genau. Es gibt mehrere Aussichtsebenen, ein Drehristorant und sogar ein Edgewook-Erlebnis für Nervenkitzelsuchende. Edgewook. HMM, das muss ich auf meine Bucketlist setzen. Klingt nach einer unglaublichen Struktur, in der es so viel zu entdecken gibt. Das ist es wirklich. Der CN Tower ist auf jeden Fall ein Muss, wenn Sie Toronto besuchen. Es gibt nichts Vergleichbares. Nun, du hast definitiv mein Interesse geweckt. Ich muss bald anfangen, eine Reise dorthin zu planen. Danke, dass du mir alles erzählt hast, Anna. Hey Anna, hast du das große Spiel am Wochenende gesehen? Darauf kannst du wetten. Es war so ein intensives Spiel. Was denkst du über die neuen Regeländerungen, die sie in dieser Saison eingeführt haben? HMM, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich ein großer Fan von ihnen bin. Ich habe das Gefühl, dass sie dem traditionellen Spielfluss wirklich etwas abgenommen haben. Ich verstehe deinen Standpunkt. Diese Sportarten, die wir lieben, haben oft eine so reiche Geschichte und kulturelle Traditionen. Es ist wichtig, das zu bewahren, findest du nicht? Absolut. Viele dieser Sportarten waren Importe von Sporttraditionen aus Großbritannien. Dies war sinnvoll, da viele der Kolonien von der britischen Kultur beeinflusst waren. Das ist ein wirklich gutes Argument. Ich hatte nicht über die britischen Ursprünge einiger unserer beliebtesten Sportarten nachgedacht. Es ist faszinierend, wie sie sich im Laufe der Zeit zu unseren eigenen entwickelt haben. Exakt. Nehmen wir zum Beispiel Baseball, es hat seine Wurzeln im Cricket, hat sich aber zu diesem typisch amerikanischen Zeitvertreib entwickelt. Wow, ich wusste nicht, dass Baseball aus Cricket stammt. Du kennst deine Sportgeschichte wirklich, John. Haha, nun, ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Aber es gibt immer mehr zu lernen. Welche anderen Sportarten haben Ihrer Meinung nach einen so interessanten Ursprung? Oh, lass mich nachdenken. Wie wär's mit Fußball? Ich glaube, das hat seine Wurzeln in alten chinesischen und griechischen Spielen. Du hast recht, die Anfänge des Fußballs lassen sich tausende von Jahren zurückverfolgen. Es ist erstaunlich, wie diese Sportarten Bestand haben und sich über Kulturen hinweg verbreitet haben. Auf jeden Fall. Es zeigt nur die allgemeine Anziehungskraft von freundschaftlichem Wettbewerb und körperlicher Aktivität. Sport hat wirklich die Kraft, Menschen zusammenzubringen. Dem kann ich nicht mehr zustimmen. Anna. Das gemeinsame Erlebnis, Fan oder Teilnehmer einer beliebten Sportart zu sein, hat etwas Besonderes an sich. Lektion 8 Wohnungssuche Hey Anna, ich habe versucht, an einen neuen Ort zu ziehen. Haben Sie Tipps für die Suche nach Mietwohnungen in der Gegend? Oh, Wohnungssuche kann so ein Prozess sein. Haben Sie versucht, Websites mit Online-Inseraten zu durchsuchen? Diese können sehr hilfreich sein. Ja, ich habe ein paar davon überprüft, aber es fühlt sich ein bisschen überwältigend an. Es gibt so viele Optionen zum Durchsehen. Ich höre dich. Es ist leicht, sich in all den Auflistungen zu verlieren. Haben Sie darüber nachgedacht, sich an einen lokalen Immobilienmakler zu wenden? Weißt du, daran hatte ich nicht gedacht. Haben Sie Empfehlungen für gute Vermietungsagenturen in der Nachbarschaft? HMM, lass mich nachdenken. Ich weiß, dass mein Freund Peter benutzt hat und eine wirklich positive Erfahrung mit Ihnen gemacht hat. Peter, ich hab's. Da muss ich Sie anrufen. Worauf sollte ich bei der Wohnungssuche noch achten? Nun, stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass Sie alle potenziellen Orte persönlich besuchen. Bilder können täuschen, weißt du? Guter Punkt. Ich werde auf jeden Fall ein paar persönliche Komplettlösungen machen, bevor ich etwas unterschreibe. Und vergessen Sie nicht, nach Dingen wie Nebenkosten, Parkplätzen und Annehmlichkeiten zu fragen. Diese versteckten Kosten können sich wirklich summieren. Ah ja, die versteckten Gebühren. Ich werde auf jeden Fall eine Checkliste erstellen, die all diese wichtigen Details abdeckt. Klingt nach einem Plan. Ich helfe Ihnen gerne dabei, Optionen zu finden, wenn Sie ein zweites Augenpaar benötigen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Es ist immer gut, während der Wohnungssuche einen vertrauenswürdigen Freund in deiner Ecke zu haben. Lektion 9. Unterhaltsamer Plan für das Wochenende. Hey, wie geht's? Ich habe das Gefühl, dass sich diese Woche einfach hingezogen hat. Ich kenne das Gefühl. Aber hey, wenigstens ist es fast Freitag, oder? Pfui, ja, Gott sei Dank. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Hast du irgendwelche lustigen Pläne? Nichts allzu verrücktes. Nur vielleicht einen Film schauen oder mit ein paar Freunden zu Abend essen. Das klingt nett und entspannend. Ich denke, ich mache es mir einfach auf der Couch gemütlich und schaue mir ein paar Sendungen an. Oh, das klingt perfekt. Gibt es Sendungen, auf die du dich besonders freust? Ich hatte vor, diese neue Science-Fiction-Serie zu starten, über die alle reden. Oh ja, ich habe gehört, dass einer wirklich gut ist. Vielleicht können wir uns irgendwann zusammen eine Folge ansehen. Definitiv, das wäre toll. Es wäre schön, jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann. Unbedingt. Ich habe immer Lust auf einen gemütlichen Fernsehmarathon in guter Gesellschaft. Ich habe immer Lust auf einen gemütlichen Fernsehmarathon in guter Gesellschaft. Dann ist es ein Date. Ich werde dich wissen lassen, wenn ich die Gelegenheit habe, die neue Show zu starten. Hört sich gut an. Ich werde mit dem Popcorn fertig sein. Dieser Freitag kann nicht früh genug kommen. Das hast du richtig verstanden. Ich zähle die Minuten bis zum Wochenende. Lektion 10 Naturliebhaber Jo, hast du gestern Abend den Dokumentarfilm über die gefährdeten Arten gesehen? Ja, habe ich. Es war wirklich augenöffnend, nicht wahr? Vollkommen. Mir taten diese armen Tiere so leid. Ihre Lebensräume verschwinden einfach. Ich weiß, es ist so herzzerreißend. Wir müssen mehr tun, um die Umwelt zu schützen. Auf jeden Fall. Ich dachte darüber nach, dieses Wochenende freiwillig im örtlichen Wildtierreservat zu arbeiten. Das ist eine tolle Idee. Ich würde mich dir gerne anschließen. Wir können unseren Teil zum Schutz der Natur beitragen. Fantastisch. Es wird schön sein, sich die Hände schmutzig zu machen und einen echten Unterschied zu machen. Absolut. Und dabei können wir so viel über die lokale Tierwelt lernen. Ganz gewiss. Ich freue mich darauf, all die verschiedenen Pflanzen und Tiere aus der Nähe zu sehen. Ich auch. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nichts stören. Absolut. Das ist der richtige Ansatz. Muss sehr vorsichtig und respektvoll sein. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass wir alles so lassen, wie wir es vorgefunden haben. Weißt du? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das wird eine wirklich lohnende Erfahrung. Das spüre ich. Ich freue mich drauf. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, das Wochenende zu verbringen. Verdammt ja. Es wird der perfekte kleine Ausflug in die Natur sein. Lektion 11. Tennis-Titanen Wo hast du das epische Tennisspiel letzte Nacht gesehen? Auf keinen Fall. Ich habe es verpasst. Wer hat gespielt? Es war Borg gegen Meckenrö. Ein totaler Kampf der Titanen. Oh Mann, ich kann mir nur vorstellen, wie intensiv das gewesen sein muss. Da hast du recht. Da hast du recht. Diese beiden sind seit Jahren Rivalen. Solche Rivalitäten machen den Sport wirklich so viel aufregender, nicht wahr? Vollkommen. Das Hin und Her ist einfach elektrisch. Auf jeden Fall. Und Borg und Meckenrö haben auch so unterschiedliche Spielstile. Exakt. Borgs cooler, kalkulierter Ansatz im Vergleich zu MCN-Rohes feuriger Leidenschaft. Es ist das perfekte Rezept für ein unvergessliches Spiel. Absolut. Und weißt du, Borg war erst 18, als er anfing, all diese großen Meisterschaften zu gewinnen. Wow, 18? Das ist Wahnsinn. Er muss ein absolutes Wunderkind gewesen sein. Ganz gewiss. Dies war der erste von mehreren großen Titeln, die er in den späten 70ern und frühen 80ern gewann. Es ist erstaunlich, wie viel er in so jungen Jahren erreicht hat. Ja, der Typ war ein absolutes Tennisphänomen. Definitiv einer der besten aller Zeiten. Lektion 12. Technische Transformation Wo? Hast du die neueste technische Innovation gesehen, die gerade herausgekommen ist? Nein, was ist das? Ich bin immer gespannt auf die neuesten technischen Durchbrüche. Es ist dieses unglaubliche neue Augmented Reality Headset. Es wird das Spiel komplett verändern. Augmented Reality. Ähm? Das klingt faszinierend. Wie funktioniert das? Nun, es projiziert virtuelle 3D-Bilder direkt in ihr Sichtfeld. Es ist, als würdest du in einer ganz neuen digitalen Welt leben. Wow, das ist absolut umwerfend. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welche Anwendungen das haben könnte. Richtig. Es wird Spiele, Unterhaltung und sogar alltägliche Aufgaben revolutionieren. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Technologie unsere Realität immer wieder auf diese Weise verändert. Auf jeden Fall. Das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Wer weiß, welche anderen verrückten Innovationen sich am Horizont abzeichnen. Ich weiß, es macht mich so aufgeregt zu sehen, was die Zukunft bringt. Das Tempo des technologischen Wandels ist einfach erstaunlich. Du hast es gesagt. Erinnerst du dich, als Smartphones brandneu waren? Jetzt sind sie praktisch eine Erweiterung unseres Körpers. Genau. Es ist verrückt, wie schnell diese Dinge zur neuen Normalität werden. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, das AR-Headset in die Hände zu bekommen und die Welt auf eine ganz neue Art zu sehen. Ich wette, es wird eine unglaubliche Erfahrung. Die Technologie eröffnet wirklich neue Möglichkeiten. Ganz gewiss. Die Zukunft kommt schneller auf uns zu als je zuvor. Lektion 13 Fitnessstudio-Besucher Entschuldigung. Wissen Sie, ob es in diesem Hotel ein Fitnessstudio gibt? Ich trainiere gerne, wenn ich reise. Oh, das ist eine großartige Frage. Ja, hier im zweiten Stock gibt es ein Fitnesscenter. Fantastisch. Genau das hatte ich gehofft zu finden. Ich versuche, meine Trainingsroutine aufrechtzuerhalten, auch wenn ich unterwegs bin. Ich verstehe Sie. Es ist so wichtig, einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Vollkommen. Ich finde, es hilft mir, während meiner Geschäftsreisen voller Energie und Konzentration zu bleiben. Absolut. Und das Fitnessstudio hier ist auch sehr gut ausgestattet. Soweit ich gehört habe, gibt es dort erstklassige Kardiogeräte und Freihandeln. Süß. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich werde es mir auf jeden Fall später ansehen. Ich bin mir sicher, dass du ein tolles Training haben wirst. Die Aussicht von den Laufbändern ist auch ziemlich spektakulär. Noch besser. Ich liebe es, gut ins Schwitzen zu kommen und dabei eine schöne Landschaft zu genießen. Ich auch. Fitness und Entspannung die perfekte Kombination, wenn Sie beruflich unterwegs sind. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung. Ich gehe gleich rüber. Danke für den Tipp. Natürlich helfe ich gerne weiter. Genießen Sie Ihr Training und haben Sie einen schönen Rest Ihres Tages. Werde ich machen. Danke nochmal. Ich werde dich überall erwischen. Lektion 14 Produktivitätstipps Sag mal, Anna, hast du irgendwelche Tipps, um produktiv zu bleiben und deine Aufgaben im Griff zu haben? Ich versuche immer, mein Zeitmanagement zu verbessern. Gute Frage. Ich finde, dass es sehr hilfreich sein kann, größere Projekte in kleinere, überschaubarere Schritte aufzuteilen. Ah ja, der alte Ansatz teile und herrsche. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Dinge dadurch weniger überwältigend anfühlen würden. Exakt. Und wenn ich Termine für diese Mini-Aufgaben festlege, bin ich motiviert und auf dem richtigen Weg. HMM. Guter Punkt. Aber wie stellst du sicher, dass du dich nicht zu sehr verpflichtest oder dich ausbrennst? Das ist eine wirklich wichtige Überlegung. Ich versuche realistisch einzuschätzen, was ich in einem bestimmten Zeitrahmen erreichen kann. Ah, ich verstehe. Es ist wichtig, deine Grenzen zu kennen und dein Tempo zu bestimmen. Hast du noch andere Tricks im Ärmel? Nun, ich finde es auch nützlich, ähnliche Aufgaben zusammenzustellen. Auf diese Weise kann ich effizienter arbeiten. Oh, die Idee gefällt mir. Zusammenhängende Aufgaben zu gruppieren ist absolut sinnvoll. Wie sieht es mit der Beseitigung von Ablenkungen aus? Absolut entscheidend. Ich versuche, Benachrichtigungen auszuschalten und unnötige Browser-Tabs zu schließen, wenn ich mich konzentrieren muss. Ah ja, diese digitalen Ablenkungen können Ihre Produktivität wirklich beeinträchtigen. Toller Tipp. Auf jeden Fall. Oh, und regelmäßige Pausen einzulegen ist auch sehr wichtig. Schon eine kurze Dehnung oder ein Spaziergang können Sie wieder mit Energie versorgen. Toll, das muss ich im Hinterkopf behalten. Danke für all die hilfreichen Ratschläge, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Natürlich teile ich gerne mit, was für mich funktioniert. Lass es mich wissen, wenn du weitere Fragen hast. Werde ich machen. Danke nochmal. Wir sehen uns später. Lektion 15 Der Traum einer Nation Guten Morgen, Anna. Haben Sie von der inspirierenden Rede des Bürgerrechtsführers gehört? Du meinst den, in dem er von seinem Traum für die Nation sprach? Das hat mich wirklich bewegt. Absolut, die Art und Weise, wie er eine so kraftvolle und hoffnungsvolle Vision malte, war wirklich bemerkenswert. Ja, die Worte, die er benutzte, schienen das Gewissen des Landes zu erobern, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es war, als würde er den Geist der großen Propheten von früher kanalisieren. Genau, die Art und Weise, wie er über Gleichheit und Gerechtigkeit sprach, fand wirklich großen Anklang. Absolut, und die Bilder, die er verwendete, wie das Bild von Menschen aller Herkunft, die sich die Hand reichen, so lebendig. Helm, kein Wunder, dass seine Rede als eine der ikonischsten und einflussreichsten aller Zeiten gilt. Ja, er hatte eine echte Gabe dafür, Sprache zu verwenden, um Menschen zu inspirieren und zu vereinen, die hinter einer gemeinsamen Sache stehen. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie die richtigen Worte, mit Überzeugung gesprochen, die Seele einer Nation bewegen können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sein Traum von einer gerechteren, gerechteren Zukunft schien wirklich die Hoffnungen so vieler zu wecken. Absolut. Es ist eine eindringliche Erinnerung an das transformative Potenzial mächtiger Redekunst. Ganz gewiss. Diese Rede wird zweifellos auch in den kommenden Generationen Anklang finden und inspirieren. Daran besteht kein Zweifel. Es ist ein wahrer Meilenstein in den Annalen der amerikanischen Geschichte und des Kampfes für Bürgerrechte. Gut gesagt. Ich freue mich, dass wir über die tiefgreifende Wirkung dieser zeitlosen Worte sprechen konnten. Lektion 16. Die Vorteile der Praxis Hey Anna! Hast du in letzter Zeit mit deiner Sprachpraxis Schritt gehalten? Darauf kannst du wetten. Das ist einer der Gründe, warum ich angefangen habe, es regelmäßig zu üben. Oh wirklich! Welche Vorteile haben Sie durch all diese Praxis bemerkt? Nun, zum einen hat sich meine Sprachkompetenz stark verbessert. Die Worte scheinen jetzt einfach natürlicher zu fließen. Das ist toll zu hören. Ich habe festgestellt, dass konsistentes Üben der Schlüssel zum Sprachenlernen ist. Auf jeden Fall! Und es ist nicht nur die fließende Sprache, auch mein Wortschatz hat sich erweitert. Ah ja, je mehr du die Sprache benutzt, desto mehr Wörter lernst du am Ende. Genau! Ich entdecke jetzt ständig neue Ausdrücke und Redewendungen. Fantastisch! Hat die Praxis auch zu ihrem Selbstvertrauen beigetragen? Absolut! Früher fühlte ich mich beim Sprechen unsicher, aber jetzt fühle ich mich viel wohler. Das ist fantastisch! Selbstvertrauen ist so wichtig, um fließend sprechen zu können. Vollkommen! Und weißt du, das Training hat mir sogar bei meinen Hörfähigkeiten geholfen. Ganz gewiss! Ich bin einfach erstaunt, wie viele Fortschritte ich in relativ kurzer Zeit gemacht habe. Beharrlichkeit und regelmäßiges Üben. Das ist der Schlüssel, nicht wahr? Freut mich zu hören, dass es sich für dich auszahlt. Lektion 17. Weckbeschreibungen und Sehenswürdigkeiten Entschuldigung! Wissen Sie zufällig, wo die Bibliothek ist? Oh, die Bibliothek? Es ist in der Elm Street, direkt gegenüber dem Park. Ah, ich verstehe! Danke! Ich bin neu in dieser Gegend, also lerne ich mich immer noch zurecht. Kein Problem! Der Park ist ein großartiges Wahrzeichen, an das man sich erinnern wird. Die Bibliothek befindet sich direkt auf der anderen Seite. Perfekt! Das ist wirklich hilfreich. Ich hatte Probleme, mir vorzustellen, wo genau es war. Freut mich, dass ich dich in die richtige Richtung weisen konnte. Der Park und die Bibliothek sind in der Elm Street kaum zu übersehen. Gut zu wissen! Ich weiß es zu schätzen, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir diese Anweisungen zu geben. Natürlich! Ich helfe neuen Leuten immer gerne dabei, sich hier zurechtzufinden. Das ist sehr nett von dir! Den Park muss ich später auch erkunden. Das klingt wunderbar! Das solltest du auf jeden Fall! Es ist ein großartiger Ort für einen Spaziergang oder um einfach ein bisschen zu entspannen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich fühle mich jetzt viel weniger verloren. Du bist herzlich willkommen! Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps zur Nachbarschaft benötigen. Das werde ich tun! Es ist schön, einen freundlichen Einheimischen zu treffen, der die Gegend so gut kennt. Ebenso! Ich freue mich, dass ich Sie in die richtige Richtung für die Bibliothek weisen konnte. Ich auch! Das war eine große Hilfe! Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe deine freundliche Geste neulich sehr geschätzt. Oh, du bist willkommen! Ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Es war so rücksichtsvoll von dir. Es hat mir wirklich den Tag versüßt. Das freut mich zu hören. Ich habe nur versucht, unter die Arme zu greifen. Nun, deine Hilfe war von unschätzbarem Wert. Ich bin wirklich dankbar. Oh, es war nichts. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Aber es hat mir viel bedeutet. Du hast keine Mühen gescheut. Natürlich! Ich würde es auf der Stelle wieder tun. Dafür sind Freunde da. Du bist ein wunderbarer Freund. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ebenso! Ich fühle mich so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Ihre Freundlichkeit bleibt nicht unbemerkt. Ich weiß es zu schätzen, dass du das sagst. Das bedeutet mir wirklich viel. Nun, es ist die Wahrheit. Deine Nachdenklichkeit ist wirklich etwas Besonderes. Du bist so nett. Ich freue mich einfach, dass ich deinen Tag ein bisschen schöner machen konnte. Das hast du definitiv getan. Ich kann dir nicht genug danken. Lektion 19. Vielfältige Interessen Du wirst nie erraten, was ich im Haus meines Nachbarn gesehen habe. Oh wirklich! Was ist es? Ich bin fasziniert! Sie haben tausend Bücher und einen temperaturgesteuerten Weinkeller. Wow! Das ist eine ziemliche Sammlung. Sie müssen begeisterte Leser und Weinliebhaber sein. Aber das ist noch nicht alles. Sie haben auch eine Schießbude und eine große Kunstsammlung. Eine Schießbude? Das ist ein interessantes Hobby. Und eine Kunstsammlung? Sie scheinen unterschiedliche Interessen zu haben. Ich weiß, oder? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf all Ihre coolen Sachen. Das kann ich verstehen. Das klingt, als hätten Sie ein ziemlich beeindruckendes Zuhause. Ich frage mich, womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen, um sich all diese Hobbys und Sammlungen leisten zu können. Vielleicht sind Sie einfach wirklich begeistert von Ihren Interessen und sparen schon lange. Das ist eine tolle Idee. Welche Dinge würdest du gerne ausprobieren? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich werde auf jeden Fall anfangen, nach einigen Optionen zu suchen. Nun, ich freue mich, mit Ihnen Ideen zu brainstormen. Es könnte ein lustiges neues Abenteuer werden. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, welche verborgenen Talente ich entdecken könnte. Lektion 20. Faszinierende Reise Du wirst nie glauben, was für eine interessante Tatsache ich gerade im 19. Jahrhundert über England erfahren habe. Oh, erzähl es. Ich bin immer begierig darauf, etwas über Geschichte zu lernen. Offenbar waren die Züge damals riesig und ziemlich langsam, fast wie ein Zug ohne Motor. Faszinierend. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie diese Züge ausgesehen haben müssen. Ich weiß, oder? Es ist schwer, sich ein so großes und langsames Transportmittel vorzustellen. Ich frage mich, wie die Leute es damals geschafft haben, lange Strecken zurückzulegen. Das muss eine ziemliche Tortur gewesen sein. Genau. Die Züge waren so groß und träge, dass es ewig gedauert haben muss, irgendwo hinzukommen. Ich wette, die Passagiere hatten genug Zeit, um aus den Fenstern zu schauen und zumindest die Landschaft zu genießen. Das ist ein gutes Argument. Es war wahrscheinlich eine viel gemächlichere und entspanntere Art zu reisen. Im Vergleich zu den rasanten Zügen, die wir heute haben, klingt das nach einer ganz anderen Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass es sowohl faszinierend als auch frustrierend war, je nach Temperament des Reisenden. Auf jeden Fall. Einige Leute mochten wahrscheinlich das langsame Tempo, während andere ungeduldig wurden. Es ist erstaunlich, wie sehr sich das Transportwesen im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt hat. Ich würde gerne eines Tages mit einem dieser altmodischen Züge fahren. Ich auch. Es wäre, als würde man in die Vergangenheit reisen und ein Stück Geschichte aus erster Hand erleben. Genau. Ich stelle mir schon vor, wie ich aus dem Fenster schaue und die Sehenswürdigkeiten Englands des 19. Jahrhunderts betrachte. Lektion 21 Fitnessfreunde Hey Anna, ich habe gehört, du hast es in letzter Zeit im Fitnessstudio verarscht. Was für Übungen hast du gemacht? Guten Morgen, John. Ich mache eine Mischung aus Cardio- und Krafttraining. Es hat mir wirklich geholfen, mich stärker und energiegeladener zu fühlen. Das ist großartig. Ich habe selbst versucht, eine gute Trainingsroutine zu finden. Welche Art von Cardio hast du gemacht? Ich habe zwischen Laufen, Radfahren und Schwimmen gewechselt. Es ist wichtig, es zu kombinieren, um verschiedene Muskelgruppen zu trainieren. Ah, ich verstehe. Cardio ist so wichtig für die allgemeine Fitness. Und Krafttraining ist auch entscheidend, oder? Unbedingt. Ich habe mich sehr auf Gewichtheben und Krafttraining konzentriert. Es hilft wirklich beim Aufbau von Muskelmasse. Nett. Ich wollte schon lange mehr Krafttraining in meine Routine integrieren. Irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Beginnen Sie mit einigen grundlegenden Verbundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Liegestützen. Sie trainieren mehrere Muskelgruppen gleichzeitig. Ich hab's. Das macht Sinn. Und wie oft willst du Krafttraining machen? Ich versuche zwei- bis dreimal pro Woche Krafttraining zu machen. An den anderen Tagen etwas Cardio. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ich glaube, das werde ich mal versuchen. Danke für den tollen Rat, Anna. Gar kein Problem, John. Ich freue mich immer, Fitness-Tipps zu teilen. Lass mich wissen, wie deine neue Routine läuft. Das werde ich tun. Ich freue mich darauf, loszulegen und echte Fortschritte zu sehen. Fitness-Kumpels Hallo, Anna. Hast du die Wettervorhersage für das Wochenende überprüft? Ich habe gehört. Es soll wirklich nett draußen sein. Guten Morgen, John. Ja, ich habe die Wettervorhersage gesehen und es sieht so aus, als würde es sonnig und warm werden. Perfektes Wetter, um draußen zu sein. Das sind großartige Neuigkeiten. Hast du irgendwelche lustigen Pläne, um das schöne Wetter zu nutzen? Ich dachte darüber nach, eine Wanderung oder vielleicht ein Picknick im Park zu machen. Was ist mit dir? Irgendwelche Pläne? Nun, ich hatte gehofft, eine Runde Golf zu spielen, wenn das Wetter mitspielt. Es ist ewig her, dass ich gespielt habe. Oh, Golf klingt perfekt. Die frische Luft und der Sonnenschein werden so erfrischend sein, nachdem sie die ganze Woche eingesperrt waren. Auf jeden Fall. Und ich wette, die Golfplätze werden bei all dem schönen Wetter, das wir hatten, in Topform sein. Absolut. Es ist die ideale Jahreszeit für Outdoor-Aktivitäten. Ich kann es kaum erwarten, dieses Wochenende die Sonne zu genießen. Ich auch nicht. Das ist genau das Wetter, auf das ich gehofft habe. Ich muss in meinem Terminkalender nachschauen und sehen, ob ich dich auf dieser Wanderung begleiten kann. Das wäre wunderbar, John. Lass mich wissen, ob du Zeit hast und wir können etwas planen. Je mehr, desto besser. Hört sich gut an. Ich schaue in meinen Kalender und melde mich bei dir. Dieses Wochenende scheint ein echter Leckerbissen zu werden.